MMMMEDAL Leute, Serplen hier. Heute, ja, es geht drum, dieser Channel ist halt mittlerweile einfach ein fucking Jahr alt. Ich mach seit einem Jahr konsequent YouTube. Jede Woche lade ich ein Video hoch. Das ist seltsam, das einfach so im Hinterkopf zu haben, so, dein Channel begleitet dich seit, der begleitet dich jetzt seit einem Jahr und, ja, es ist seltsam, aber ich wollte einfach mal, ja, kurz. Danke sagen an die paar Leute, die mich auf dieser kleinen Reise bis jetzt begleiten. Ich hab keine Ahnung, wie lange ich das noch machen werde, aber aktuell, es bockt noch. So, ich hab immer noch Spaß dran, irgendwie meine Wand anzuschauen, in ein Mikrofon zu reden und mir jede Nacht irgendwie ins Bett zu legen und mich in den Schlaf zu weinen, um am gleichen Tag nochmal aufzuwarnen und mich dann nochmal in den Schlaf zu weinen. Aber, ähm, das ist ein Thema für einen anderen Tag. Also, ja, danke für... Pff, mittlerweile haben wir ja bald 70 Abonnenten. Also, ja, danke. Ihr seid cool. So, ich kann nicht viel dazu sagen. So, es ist einfach ein nice, so ein nicer Weg gewesen. So, es ist schön, dass irgendwie wirklich ein paar Leute quasi seit irgendwie bald einem, ja, doch eigentlich schon seit ungefähr einem halben Jahr oder so dabei sind, was halt einfach voll nice ist, so. Das sind ein paar Leute, die schauen sich mein Content schon irgendwie so ein halbes Jahr an, so. So, aber es ist mir eigentlich auch scheißegal, wie lange du mich feierst, so, oder dir meinen Scheiß gibst. So, also jetzt, ich bin dankbar für jeden Klick, für jedes Abo, für alles. So, ne, ich hab nicht mehr viel zu sagen. Ich wollte einfach nur kurz... Hey, ein Jahr, dass ich Yay-Shit machen, sagen danke für bald 70 Abos. Vielleicht hab ich's schon, vielleicht hab ich's überhaupt noch gar nicht erreicht, wenn das Video rauskommt, aber naja. Ne, danke, dass ihr irgendwie mich begleitet auf dieser Reise, ne. Denkt dran, bleibt toxisch. De-abonniert mich, desalikt mich, entbimmelt diese fickte Glocke und jetzt... Hurra, das war's in der Nyaaah!